Oh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Voss, warum lassen Sie mich nicht vor? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom. Mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Verdammt. Was? Verdammter, mieser, Männer. Verschwinde, kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja. Und kurz Luft. Etwas außer Atem. Junge, verdammt, ist der schnell. Schnapp ihn dir! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Ich drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Komm, komm! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Kano! Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Tommy, bitte! Ich kann's erklären! Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen! Lebt er noch! Bin nicht sicher! Jetzt wissen wir's! Hey, Sir, wie geht's? Alles klar? Sicher! Wer ist das? Warte! Ist das Gaudi? Ja! Hey, Gaudi, was läuft, Mann? Hat dich kaum erkannt? Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Docks, hm? Ja, aber das krieg ich schon hin! Tja, hat mich umgehört! Der Kerl hatte einen Streik geplant! Streiks sind schlecht fürs Geschäft! Es sei denn, wir haben Interesse daran! Richtig! Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt! Meinst du nicht auch? Klar! Gut! Gut! Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier! Salieri lebt noch! Oh, Gottverdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass, äh... Auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello. Wir stehen am Anfang. Von was Großem. Denkst du? Oh, hallo. Hey, du wirst oben gebraucht. Ich geh sofort hoch. Wir haben Krieg, Tom. Von heute an ist Krieg. Ich geh doch auf. Und dann hab ich noch ein kleid. Der Donner hat Carlo uns jenseits befördert? Nicht du? Ja, war unschön. Hat wohl noch Blut in den Adern. Carlos nicht mehr. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich will rund um die Uhr wachen. Hier, bei der Lagerhalle und in all unseren Geschäften. Was ist mit den Leuten, die wir schützen? Wir sind in Position. Gut, also schnappen wir ihn uns endlich. Bald. Aber jetzt müssen wir ihn kleinkriegen. Morello hat Polizei und Politik, sogar ein paar Richter in seiner Tasche. Die können wir nicht alle bestechen. Wir müssen sie davon überzeugen, Morellos sinkende Schiff zu verlassen. Wenn wir den richtigen Idioten kalt machen, wissen die anderen, dass Morello nicht Blut ist. Für die Gesundheit. Als erster ist dieses Arschloch dran. Gilotti. Der Stadtrat sieht immer noch rot wegen seines toten Kindes und wird sich nie gegen Morello stellen. Mann. Der Kerl macht uns seit 32 Probleme. Lassen Sie mich ihn ausschalten, Boss. Was glaubst du, warum du hier bist? Winnie hat alles geplant. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag mit einem Riesenfest auf einem Dampfschiff. Er zieht alle Register. Fusel, Frauen, Feuerwerk. Er wird sogar vor der Presse sprechen. Sicherheitsvorkehrungen? Die ganz normale Nummer. Ein paar Typen mit Knarren. Niemand sonst wird einen Finger rühren, um diesen Drecksack zu beschützen. Okay. Ich gehe auf die Party und knall ihn ab. Langsam, Kleiner. Gilotti ist korrupt, aber er ist nicht dumm. Seine Leute werden jeden nach Waffen durchsuchen. Du kannst nichts mitnehmen. Was dann? Ähm, werfe ich ihn dann einfach über Bord? Wird mal nicht übermütig. Du wirst ihn trotzdem abknallen, verdammt nochmal. Sobald du an Bord bist, schleichst du dich in die Toilette. Ein Bootsmann hat dort für dich einen Revolver versteckt. Dann bleibst du unauffällig. Ruhig. Markiere bloß nicht den harten Mann, bis Gilotti auftaucht. Warte, bis der Bastard mit der Rede beginnt. Und erst dann verpasst du ihm eine zwischen die Augen. Die ganze Welt soll das sehen und darüber sprechen. Klar. Aber wie komme ich wieder zurück an Land? Sam und Paulie sind an den Docks und kümmern sich drum. Triff dich mit ihnen. Sie werden dir alles weitere erklären. Okay. Gelotti ist erledigt, Boss. Ab morgen sind sie ihre Sorgen mit ihm los. Bezweifle ich nicht, Tommy. Buona Fortuna, Tom.